Ich habe 20 Minuten Zeit, Pokémon in Karmicin und Purpur zu fangen. Das Ziel am Ende der 20 Minuten ist es, jeden Typen mindestens einmal gefangen zu haben. Ja, das ist die ganze Erklärung der Challenge. Schlichter geht's ja gar nicht, oder? Los geht's! So, die Zeitläufe starten hier beim Mesa-Lona-Süd. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein paar schwache Pokémon, aber auch die haben Typen, logischerweise. Und deswegen ist es auch egal, weil es vollkommen egal ist. Deswegen fangen wir uns gleich mal einen Hopspross. Die Stings bleiben die Pokémon drin, das wird natürlich auch die Hauptfrage sein. Ich meine, die kriegen wir gefangen, bei den anderen wird es ein bisschen kritischer. Aber deswegen ist es vielleicht auch ganz klug, hier anzufangen. Und vor allem, wie gesagt, Hopspross reicht ja. Vor allem ist das ein Doppeltyp. Doppeltypen sind natürlich äußerst wertvoll in diesem Video, weil Doppeltypen haben zwei Typen. Dementsprechend habe ich schon mal zwei Typen jetzt abgedeckt mit Hopspross, was schon mal äußerst gut ist. Der Kuli ist normal. Ich glaube, ich gehe echt nach Doppeltypen. Ich glaube, es ist am sinnigsten, weil so viel Zeit ist halt nun mal nicht da. Deswegen, warte mal, der ist der Normal-Gift schon hier? Ich glaube, der ist Normal-Gift, also fangen wir uns den. Sproxy, also haben wir schon mal auch zwei Typen. Aber am Anfang geht es noch. Ich glaube, es wird erst so richtig schwierig, wenn wir so ein bisschen bei den letzten Typen sind. Und dann quasi nach Einzelnen suchen. Jetzt am Anfang, klar, ist noch die große Auswahl der 18 Typen. Aber ich glaube, irgendwann gegen Ende wird es ein bisschen schwieriger. Also, glaube ich, das war zumindest so der Gedanke daran, dass diese Challenge vielleicht herausfordernd sein könnte. Und warum zum Teufel kommen die in mein Team, Digga? Das will ich direkt mal ausstellen. So, okay, dann haben wir nochmal Gift. Amo braucht man nicht. Ich gehe jetzt mal in die weite Welt. Und zwar, was ich unbedingt machen muss, ist in die Eisgegend zu gehen. Wir gehen jetzt in die Eisgegend, weil ich glaube, Eis gibt es ansonsten hier nicht so oft. Ich sage, ich kenne mich halt auch nicht so gut aus, wo was ist. Deswegen gehen wir erstmal in die Eisgegend, wo ich sicher weiß, dass es da Eis-Pokémon gibt. Ansonsten weiß ich nämlich gar nichts. So, das möchte ich schon mal sagen. Oh, Stahl-Psycho ist auch nicht schlecht, nehmen wir auch mit. Und Stahl ist, glaube ich, auch nicht so oft hier zu finden. Und deswegen passt das schon. Habe ich Flottbälle, verdammte Scheiße. Ja. Nein, ich habe wieder mal geworfen. Ich bin so ein Keg. In der Tat. Ja, muss trotzdem reichen. Ja, Lucky Catch, easy. Sehr schön, sehr schön. Bisher läuft's. Wow. Aber die Zeit rennt. Das ist halt das Ding. So, Bronzong. Komm, lass mich in Ruhe. Rigometri ist nur Eis. Gibt es irgendwie? Ist es eine Bunne oder so hier? Oder Pflanze? Pflanze auch. Ne, Pflanze haben wir schon. Oh, jetzt bin ich schon reingelaufen. Jetzt fangen wir es. Ja, lost. Habe ich ja schon gefangen. Na gut, ist egal. Kostet halt, wie gesagt, nur ein bisschen Zeit. Aber die haben wir theoretisch erstmal. Aber irgendwann nicht mehr. Deswegen, lass mich in Ruhe. Wo gibt es gut Drachen-Pokémon? Drachen gibt es halt nicht so viele. Das ist das Ding. Ich weiß nicht genau, wo es Drachen gibt, wenn ich ehrlich bin. Wobei doch, den Pseudodrachen gibt es hier doch. Den muss ich hier fangen, Freunde. Weil ich weiß nicht, wo es sonst Drachen gibt. In den Höhlen, ja. Aber die Höhlen muss ich ja auch finden. Ich glaube, ich fange mir hier den Pseudodrachen. Der müsste hier irgendwo sein. Die Frage ist, wo? Und da ist der Geisthund. Ah ne, das ist gar nicht der Hund. Da wäre es niebel gewesen. Unlicht-Eis. Lass ich erstmal weg. Ich muss Doppeltypen fangen. Unlicht finden wir schon noch, glaube ich. Also du hast zumindest der Plan. Ha, wo ist der Pseudodrache? War der nicht irgendwo hier? Scheiße, Mann. Jetzt bin ich vollkommen verloren. Oh nein. Siehst du, jetzt komme ich hier schon gar nicht mehr zurecht. Jetzt habe ich den Salat. Jetzt bin ich, ja gut, fangen wir auch den Geisthund. Okay. Geist gibt es auch jetzt nicht so mega oft. Das passt schon. Aber ein bisschen schneller, ne? So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Zack, zack. Da vorne ist der Elektro-Blip, heißt der, glaube ich. Und Anton wäre da noch. Wir können ja gleich nochmal zurückgehen. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich muss nach Doppeltypen gehen. Das ist wirklich das Sinnvollste. Ja komm, laber mich nicht zu mit deinem Eintrag. Und wo zum Fick ist der Pseudodrache? Ich glaube, ich gehe doch in die Höhlen. Ich finde den nicht. Warte, nicht hier in der Gegend irgendwo. Ja, wenn ich den jetzt nicht finde, dann gehe ich woanders hin. Ganz ehrlich. Keine Zeit für den Scheiß. Oh, da unten ist er, glaube ich, oder? Hier. Ne, ne, ich gehe woanders hin. Ich habe keine Zeit jetzt. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Die gerichtet Mesclara. Saga, die Zeit rennt. Wenn man so ein bisschen rumdümpelt, zack, sind schon wieder ein paar Minuten vorbei. Das ist das Problem. Irgendwann wird es halt einfach knackiger. So, ich hätte vielleicht doch einfach alle mitnehmen sollen, die ich gesehen habe, ne? War vielleicht dumm. Unlicht und Flug. Ja, Flug haben wir schon, aber Unlicht nicht. Machen wir jetzt schnell, weil Unlicht... Oh, das ist ein Ditto. Ja, das ist jetzt Zeitverschwendung gewesen. Sag mal, wie es ist. Das war Zeitverschwendung. Aber komplett. Hier, Fee. Bummelow, komm her. Dich brauche ich. Du bist wichtig, weil Fee müssen wir mitnehmen. Ich hätte das Anton und so mitnehmen sollen. Das war lost. Aber ich war halt so in Rage, wisst ihr? Ach, wo finde ich Drachen-Pokémon? Verdammte Scheiße. Mann, davon wäre sogar die Denne gewesen für Elektro-Elektro-Fee. Komm, die Denne auch schnell mit. Wir haben noch 13 Minuten, um es mal direkt vorwegzunehmen. Ihr seht ja, die Zeit eingeblendet. Warum vorwegnehmen? Das ist gar nicht mal so viel. So, ja, komm, ey, diese Kackberichte. Lasst mich alle in Frieden leben. Oh, diesen einen Fisch gibt es doch irgendwo. Wo gibt es den Kack? Die Sushi-Rolle da. Gestein. Mogelbaum. Hier, Mogelbaum, komm her. Bleib da. Bleib stehen. Aller, Mogelbaum ist einfach ein Stück. Nee, weiter. Hier gibt es irgendwie gar nichts Anständiges. Kann das sein? Nee, hier gibt es gar nichts. Weg hier, weg hier, weg hier. Retto Marinedo. Nee, da gibt es auch nicht wirklich. Oh Gott. Käfer. Wir können auch mal in den Wald gehen für Käfer. Aber Pflanze haben wir ja auch schon. Normal Psycho haben wir auch schon. Haben wir Kampf. Kampf haben wir nicht. Ja, komm. Dann hier. Ah, ich hätte das Feuertauros nehmen müssen. Lass mich mal kurz weg. Guck mir das Feuertauros. Dann haben wir Feuer auch gleich weg. Gut, gut, gut. Sehr gut. Zehn Minuten haben wir noch. So, Kampf und Feuer. Wenn es drin bleibt. Ja, das ist natürlich auch dumm, wenn das jetzt nicht drin bleibt, Junge. Bleib im Ball. Tu mir das jetzt nicht an. Er tut's mir an. Ich kann dich nicht schwächen, du Horst. Er macht wirklich diesen jetzt. Kein Lucky Cat. Natürlich kommt jetzt ausgerechnet keiner. Ja, jetzt werde ich hier von der RNG noch schön durchgenommen. Ich muss diesen Wachsatzdrachen finden. Nigiragi. Wo gibt es Nigiragi? Ich muss gleich googeln. Okay, Lucky Cat. Jetzt bleibst du bitte drin. Danke. Danke. Okay. Es fehlt jetzt noch Wasser, Boden, Gestein, Käfer, Drache, Ohne. Das ist nicht mehr so viel. Aber, wie gesagt, wenn dann einzelne Typen fehlen, ist es halt ultra eng, ne? Haben wir noch keinen Unlicht gefangen? Stimmt, dann können wir jetzt Kramwuchs da kurz noch mitnehmen. Boah, Taurus, du bist so ein nerviges Stück. Lass mich in Ruhe. So, hier, Kramwuchs. Schnell, schnell, schnell. Für Unlicht. Wir brauchen Nigiragi. Nigiragi ist mir jetzt wichtig. Den brauchen... Ne, ich wollte es nicht ange... Oh mein Gott. Jetzt bin ich noch ungeduldig. Was mache ich denn? Egal, da ist das Nächste. Trotzdem unnötig. Oh, komm. Bitte bleib jetzt direkt drin. Ohne irgendwelche Probleme. Ohne Ben und Aber. Ohne Rimbanius. Oh mein Gott. Die Challenge ist kacke. Kannst du bitte im Ball bleiben? Wie kann man denn so nervig sein? Also manchmal hasse ich die Fangraten in dem Spiel, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Es bleibt nicht drin. Es ist Betrug. Ja, klasse. Jetzt raubt er mir die Zeit. 8 Minuten 50 noch. No Chance, oder? Das war ein Lucky Cat. Danke. Ja, wobei, es fehlen noch 5 Typen. 5. 5. Das ist gar nicht mal so viel, okay? Aber es ist, glaube ich, genug, um mich zu Weißblut zu bringen. Bin ich erstaunt. Wo zum Teufel gibt es Nigiragi? Ich muss das Ding jetzt finden. Es gab es irgendwo, da bei diesem See. Warte mal, wir gehen zu dem See. Wo ist der See? Wo ist der See? Da oben. Caldero. Ja, da gehen wir hin. Dann haben wir Wasser und Drache. Dann fehlen nur noch Gestein, Boden, Käfer. Boah. In den Wald könnten wir gehen. Wasser, Psycho. Ne, wo ist Nigiragi? Oh, da. Käfer, Käfer, Käfer. Und da ist Gestein. Wasser, Gestein. Oh, das sieht gut aus. Dann fehlt noch Boden. Wo kriege ich Boden her? Erstmal Sichlor. Bitte bleib im Ball. Mach jetzt keine Faxen. Bitte. Mach keine Faxen. Mach keine Faxen. Es macht Faxen. Nein, es macht Faxen. Du bist zu einem Penner. Diese Fangraten. Ich kann das nicht mehr. Jetzt habe ich gerade Hoffnung geschöpft, weil ich hier ein paar Pokémon sehe, deren Typ ich noch brauche. Und dann tritt ins Gesicht. Ey, Sichlor. Ich mag dich eigentlich echt. Aber ich glaube bald nicht mehr. Vom Netzball. Fangraten in dem Spiel sind einfach abvoll. Jetzt sagt bestimmt der eine oder andere. Ja, dann schwäch doch die Pokémon, wenn du sie haben willst. Ja, nee. Keine Zeit für. Vom Lucky Catch. Das ist kein Lucky Catch. Ohne Lucky Catch bleiben die nicht drin. Vielleicht muss ich es angreifen, glaube ich. Och, Digga. Jetzt mach nicht diesen. Ja, stark, ne? Ich muss es angreifen. Es tut mir leid. Nahkampf. Macht halt gar nichts, Alter. Ja, gut. Das geht jetzt alles von der Zeit weg. Das ist schlecht. Aber wir haben noch eine Chance. Es ist noch nicht vorbei. Aber es hält mich gerade sehr dezent auf. Das kann ich sagen. Wem es nicht auffällt. Hast du bitte einen Ball jetzt? Bruder, muss los. Was bist du für ein... Ich werfe doch sogar Netzbälle. Jetzt aber, Lucky. Alter. Boah. Wie nervig kann man sein? Sichlor. Ja. So, jetzt schnell. Jetzt nicht den Eintrack noch einblenden. Einfach weiter. Da ist eine Girage da vorne. Ich hab's gesehen. Begrünscht. Jetzt brauche ich nur noch ein Boden-Pokémon. Wo zum Teufel kriege ich ein Boden-Pokémon her? Nicht wieder Ball. Ich bin auch so ein Holzkopf. Jetzt verkack ich's noch. Okay, bleibt drin. Wasser und Gestein. Drache kriegen wir gleich. Dann fehlt nur noch Boden. Komm, das kriegen wir hier in 5 Minuten ein Boden-Pokémon. Als ich das nicht hinbekomme, presse ich einen Besen. Was passiert jetzt? Nein. Du entwickelst dich jetzt nicht. Nein. Nein. Ich hasse mein Leben. Entwicklung abgebrochen. Ja. Geh sofort in die Box und lass mich in Ruhe, Alter. Alles Zeitverschwendung. Alles Zeitverschwendung. So. Drache. Und wo zum Teufel gibt's hier Boden-Pokémon? Es muss doch irgendwo ein Boden-Pokémon auftauchen. Das ist der letzte Typ, der uns fehlt. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Wenn das nicht klappt. Nein. Jetzt fängt das wieder an. Das kann nicht sein. Ich hab gleich einen Meisterball. Okay, es ist drin. Okay. Komm, das muss klappen. In 4 Minuten muss ich doch ein Boden-Pokémon finden. Also, wenn ich das nicht hinbekomme, dann ist das hier einfach verflucht. Das muss möglich sein. Und ich frage, gibt's hier ein Boden-Pokémon? Ich bezweifle es schon fast, oder? Oh, jetzt laufe ich in ein Pokémon. Oh, hier, weil die auch so winzig sind, ne? Nee, gibt's keine. Ich geh woanders hin. Aber wo gibt's Boden-Pokémon? Verdammte Scheiß. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, in der Wüste. Student. In der Wüste natürlich. Wenn ich jetzt da kein Boden-Pokémon finde, ne? Weil ich vom Glauben hab. Brutzelwüste. So. Da. Da ist doch schon mal eins. So, wir haben gewonnen. Wir haben's. Okay. Einfach mal ein bisschen nachdenken, Luca. Dann klappt das auch. So, ich werd's ja wohl jetzt in drei Minuten schaffen, Don-Fan zu fangen. Auf der Fall 25. Okay, es ist drin. Das war ein wilder Ritt. Aber relativ locker sogar noch geschafft. Hab ich nicht gedacht. Ich hab jetzt die 20 Minuten mal angesetzt, weil ich nicht genau wusste, inwiefern das möglich ist, wie lange das so dauert. War relativ locker sogar noch. Das, obwohl ich zwischendurch irgendwelche Fauxpas hatte. Mit Entwicklung, mit keine Ahnung was. Von daher bin ich ganz froh, dass es noch geklappt hat. Vielleicht war's ein bisschen einfacher, das gebe ich zu. Aber, vielleicht mach ich das das nächste Mal mit einer Randomizer in irgendeinem Spiel, dass wir das mit einer Randomizer verbinden. Dass wir einfach noch mehr Glück haben müssen, dass die richtigen Typen auftauchen. Freunde, ansonsten schreibt gerne weitere Challenges in Kapu oder in anderen Pokémon-Spielen in die Kommentare. Also, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.